Hey Freunde, wir haben hier eine Ghost Chip oder Loducci, keine Ahnung wie man das ausspricht. Die Batterie ist von Klasik. Wir haben hier 25 Schuss in 25 Millimeter. Preislich habe ich bezahlt 15 Euro. Gekauft wurde sie bei Klasik Händler, bei Hellfireworks und ein EM Technos haben wir 325 Gramm, falls ich das gerade nicht gesagt habe. Und vom Effekt her habe ich mich mal überraschen lassen. Ich habe einfach es mitgenommen. Und ja, angeblich 30 Sekunden und 5 verschiedene Effekte. Schauen wir uns mal an. Klasik hat ja mal 4 Quacking verbaut. Bin mal gespannt, ob da auch welches drin ist. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wie versprochen die Ghost Chip. 25 Millimeter, 25 Schuss. Schauen wir uns mal an, was die so können. Oh, für das preisliche 5.000 Euro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.